Ich gehe davon aus, derjenige und diejenige, die sich bei uns bewerben, sind fachlich gut vorbereitet, das heißt eine solide, gute wissenschaftliche Ausbildung oder vergleichbar, um dann eine Managementkarriere gegebenenfalls zu starten, den Feinschliff in Anführungszeichen und positiv gemeint, den gibt es dann im Unternehmen als Trainee oder wie auch immer. Perspektiven sind jedenfalls sehr gut. Sie müssen authentisch sein, immer zitierfähig und auch bereit, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und lernbegierig, denn es geht praktisch betrachtet erst richtig los, wenn man so einen Job in einem Unternehmen antritt. Ich glaube, die BayWa ist ein sehr solides Unternehmen. Unser Markenkern ist Solidität, Vertrauen und Innovationskraft. Das kommt nicht von uns, sondern von unseren Kunden. Und wer sich mit diesen drei Begriffen näher beschäftigt, lernt relativ schnell viel auch über die BayWa. Und wir sind sehr loyal. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns haben eine sehr, sehr lange Zeit in der BayWa normalerweise, auch in der heutigen Zeit, wo Jobs ja relativ schnell gewechselt werden. Und die Sozialleistungen und Gehälter und so weiter entsprechen halt den üblichen Rahmenbedingungen. Die Sozialleistungen und Gehälter und Ver determines dieāiltäine. Die Sozialleistungen und Gehälter und Verkaufs